hallo und herzlich willkommen zu sims 3 und ja schläft wie wird er denn energie ist in loben ok entschuldigung ich habe gerade was er jetzt muss er sich gerade aufbäumen ich wehren dagegen und baden muss man nicht drin ist ganz dreckig solltest du noch mal ein kleines snack nehmen snack essen müßli abends und dann schlafen und dann lassen wir mal alles mal schnell machen jetzt schlafen sie alle ich denke der nächste wachwert ist simon hat extrem ist die gegene problem und das ist ein tag haben wir gerade am donnerstag das heißt er muss auch zur schule spät haben wir es jetzt 0 uhr 3 uhr ich zeige mir eine brille aus jetzt muss die ja nicht liegen kann kaum lesen durch meine arbeitstasche sofort die rauszuholen ich hoffe ich komme irgendwie so über die runde 11 11 geisterstunde 50 würde jetzt werden er hat aber nicht dahin geschafft so er ist wach alles klar wie zu erwarten auch dann sollte er erstmal ein snack essen ist ja gerade das kann ich ja mal tun erstmal ein bisschen was so da kommt dann schön müsli so hat sich in die störung von sims 2 gespielt ist immer anders kann das sein mag die störung bei sims nicht so gerne ist nicht so gut der qualm schon so grünlich er muss erst mal essen nicht so hektisch essen nicht verschoben er ist schon wieder wach schon wieder wach das war so das ist nicht abgezogen worden abziehen das mal und dann benutzen ich hab das alles nicht mehr scheiße der muss zur Schule oh nein ist der Hausaufgaben fertig? Hausaufgaben sind fertig ok er muss zur Schule oh tut mir leid oooooh so dreh ich zur Schule oooooh grünlich aber gehen nicht höher ja mit Schüler ok naja jetzt endlich zur Arbeit er hat er frei das ist in der Tasche Zeitung ich kann nochmal recyceln Küchschrank oh nein sagt er, was? sagt er, benennen, was? verschicken nee muss das nicht in Küchschrank tun? das erste Essen öffnen so und dann kann man nein da reinlegen so jetzt erst nicht in der Tasche hier kann ich irgendwie alles nehmen? ne kann man nicht ein paar Einhalt ein paar Einhalt alles super so, alles klar ok hat er sonst noch viele Probleme Hunger hat er ein bisschen noch? äh frischli essen kannst du ja frischli essen frischli essen kann ich vier essen machen ne? da muss ich mal empfangen gucken wo musst du denn arbeiten? wo musst du arbeiten? arbeiten arbeiten er hat heute frei das sind die freien Tage glaube ich ne? dann einen Tag neun Stunden hat richtig Zeit ok ist klar dann auch Zeit dafür schleunigen wir mal so macht sauber ehrlich so muss das sein wir mal sauber hier schön sauber machen bevor vernünftiger Mensch das tut das Essen in den Küchein? nein das ist nicht dein Ernst jetzt wolltest du nicht essen? dann geh ich mal auf Toilette ach schädlich Herr und Bären man muss ja handregen das ist eigentlich eher mittelmäßig stehpinkler widerlich und ein Schweinchen oh ja, nein oh ja, nein ja, nein ja, nein ich glaube, das muss man für besser werden jetzt dann erstmal was was denn jetzt der ist ja der hat ja gerade den Küchein gesteht das ist so ein Horst naja, gut ich darf nicht vergessen, dass hier Sekunden hier fast Stunden und Minuten sind in dem Fall ja schwein wir mal jam 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 alles klar ach ja, putzt mal schön so was macht er jetzt? er betrifft nochmal äh äh wir bleiben wegmachen und hier auch äh wegmachen so na dann nochmal Zähne putzen und dann aussehen änder, reden üben aussehen überprüfen natürlich nochmal und reden üben so der hat er heute frei der kann er richtig viel machen jetzt so jetzt geht's los Wollen wir extra in Turbo? So, macht der Hausaufgaben selbstständig und muss ich ihn dazu nötigen. Hat er Hunger? Ach, er hat Hunger. Alles klar. Lassen wir es mal essen. Turbo, Turbo, Turbo. So, Energie ist nicht mehr viel, aber du musst den Hausaufgaben trotzdem noch machen. Hausaufgaben machen. Aber warum? Hilfe bekommen. Machen wir es so. Schleude mir. Aber er hilft. Alles klar. Kein Problem. Fertig? 1.000 Gramm fertig. Wunderbar. Das hat bestimmt auch total viel gebracht. Jupp. Spaß jetzt. Kann er jetzt spielen oder nicht damit? Nein. So. Rechnung bezahlen muss er. Muss eine kleine? Ah, der spielt eigentlich. Ah, okay. Okay. Schaukeln. Nein. Nehmen wir hin. So. Und jetzt... Anschubsen. Nehmen wir Anschubsen. So. So. Jetzt hat man was mehr Spaß, ne? Wacht er jetzt? Ja. Geht auf. Ja. Das ist ja. 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 Spät, ne? Ja. Ja. Kann ich das hier so, wenn ich das Bett klicke? Im Bett von Sam? Nein. Nein. Nein, kann ich nicht. Kann ich so... ...eine Umkehrt? Hm, kann ich nicht. Kann ich das Bett bringen? ...eine Umarmen. Nicht nur zählen. Parken. Klaude und ziehen. Und so was was. Ach ja. Alles aber auch runter. Was soll denn denn? Äh... Nein, rumbastle. So. Ne, machen wir anders. Wir haben ein bisschen Geld, ne? Also für's Geld wollten wir was anderes kaufen, ne? War doch was. Dann lass ihn ihr Abgeordneten selbst reinigen. Und so. Zähle Geschichte. Was für eine Geschichte. Erzähl den wohl. Hä? Hä? Hansel Fwanslip. Äh... Kabuna... Dref. Dujana... Ota. Plinkelnasch. Hoho. Da war sie. Mhm. Das ist der wohl. Ah, er liegt da. So, der kleine... Missy, finde ich... Wäre wenig, ja nicht hier. Ja. Hier noch ein bisschen rutschen. Lass ihn doch mal. Oh, nein. Nein, der muss nicht rutschen. Kann ich ihn nehmen? Kann er hier auch seine Teleportieren? Ah! Zähle putzen, hier. Kann ich nach oben was hier. So. Genug. So. Und dann ins Bett. Zombie! Pfff! 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 Er ist jetzt gerade da am Basteln. Das wäre schlecht, wenn er so Zähle putzen. Da zicken die wieder rum. Das mag ich nicht. Zocken. Haschen Zähle putzen. Und dann ab ins Bett. So, er schläft schon. Ja, aber... Er ist auch müde. Na, er muss auch ein Bad nehmen. Pff! Pff! Verstehle wieder auf. Und dann ist er zu schlafen. Oh! Oh! Wenn er noch aufwacht, dann kann er noch mal Reste essen hier. Pff! So! Beschweigen wir mal. Ich glaube, wo... Was ist denn? Ist echt dreckig. Muss er schnell essen? Dann muss er ins Bett gehen. Äh... Schlafen. So. Wo geht's? So. So. Muss er schnell essen. Dann muss er ins Bett gehen. Äh... So weit unten. Ah... Schriftleister. Gut. Hat geklappt. Hat alles geklappt. Da haben wir noch alles in den Grün gebracht. Ach... Der Kleine hat das noch gemacht. Der Kleine ist so freundlich gemacht. Aufräumen. Dann schlafen. Und... Dann... Snack essen. Müsli. Und so. Eine Stunde. Ah, er steht schon auf. Alles klar. Sonst irgendwas Problem? Handdrang hat er. Benutzen. Hände waschen. Von... Zehn Prozent. Schafft das alles. In halb einer Stunde. Vor allem. Es wird eng. Ah... Schafft das nicht. Muss los. Da ist keine Zeit. Muss los. los. Ja. Viel Spaß. Muss ich noch mal auf Toe springen? Natürlich nicht. So. Äh... Muss er zur Arbeit. Neun Stunden erst. Okay. Hat auch Zeit. So. Was ist denn los bei ihm jetzt? Wann wacht er auf? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, wenn man jetzt aufwacht. Es gibt gar keinen Grund aufzustehen. Ja, na gut. Dann, äh... Bett machen. Oder schon. Meins nicht aufstehen zu müssen. Und dann, äh... Abgeordnete fertig basteln. Auf geht's. So. Hey. Jetzt war Zeit. So. Ist er noch zur Arbeit? Sie ist schon sechs Stunden. So. 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 Sehr schön. Back, 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 back. Es ist bereits Zeit, deine Zinsen in die Schule zu schicken. Andere. Und jetzt bringen Sie gerade mit... Hm... Oh äh... Jetzt wird sich nicht... Hm? No. Ich frag mich, weißt spiel. Dann, sag mal. Hä? Selcha... Mir... ...möchte plaudern. Hm? Hast du Zeit zum plaudern? ein bisschen Zeit hast du noch zum Plaudern, ne? Ah. 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 Snurgi. Snurgi Marks. Dann fällig was mit ihr. Haben sie noch fünf Stunden. Dann muss ich auch noch was aufpassen. Blurdo. Blurdo Chaka Blasher. Ja. So. Irgendwann ist hier wieder. Wie können wir denn? Der? Oh. Wer ist die Reste auf? Okay. Er hat Hunger. Muss Hunger haben. Jupp. Hat er. Okay. Nachhause vorgaben. Auch gut. Zack. Was für dich. Okay. Ah. Auch ein Togo. So. Hat es noch geschafft? Er hat sich Geschicklichkeit gestaltet. Okay. Fünf. Geschicklichkeit. Alles klar. Fahrgemeinschaft. Das wissen wir alle schon. Alles erledigt. Mal hart arbeiten. Gehrui angehen lassen. Musiker treffen. Und das ist gut. So. Alles noch fast. Jo. Ist auch gut so. Äh. Schon die Mensen. Hunger. Steuern mir. Zeig. Erstmal schnell. So. Nein. Nicht. Aufräumen. Ja. Jetzt müssen wir das ja auch gleich automatisch mit. Oder muss ich dazu nötigen. Muss ich dazu nötigen. Muss das nicht automatisch. Alles klar. So. Ne. Aussehen haben wir nicht. Dann. Äh. Alltag 2. Alltag 3. Wo ist denn Alltag 1. Wer anders. Alltag 3. Als nächstes. Er ist glatt. Und wechseln. Anderes Outfit. Ah. Ich hab noch gegessen. Zu schwach. Ah. Was anderes hervorragend. Jetzt entweder eine Energiehygiene. Ach so. Du musst nur noch ein Bad nehmen. Sehe ich gerade. Mal ein Bad nehmen. Bad nehmen. War ich kaputt oder was? Ersetzen? Warum? Alles gut. Was für den Tag haben wir denn? Wir haben Freitag. Das heißt, er kann Zusebogen ausschlagen. Lass mich mal ein bisschen Spiegelen gehen. So. Alles so, ne? Da kommt er an. Hup. So, ich hab nur gesund. Vielleicht kommt mir so dunkel vor. Aber jetzt noch Abend, glaub ich, ne? Schöne Zeit zum Spielen. Mhm. Dann lass mich mal spielen. Hey, rutschen. Hui. Ah. So, ihr manchmal noch? Ich hab nicht mehr gesehen. Ich hab nicht weiterfällig geguckt, also. Ah. Jetzt kommt der da rein. Das wird gut. So. So. Und dann, äh, 10 Prozent. Und. Und, äh, schlaf. Ja. Genug gespielt. Wurtschen, oder? So. Weg damit. Er ist direkt schlecht schlafen gegangen, ne? Er ist fertig. Das ist aber auch nur ein Energieproblem hauptsächlich. Handdränge hat er noch. Warte, er geht noch nicht. Dann geht er erstmal auf. Dann muss er das erstmal. Und dann, äh, schlafen. Schlafen. So. Was ist das denn? Was war das denn? Die. Die Bände. Ja. Oh, ich brauch nicht Zähnepotzen, nur noch verfein. Was ist das? Ich kann mal schön, dass ich das hier wegschalten kann. Das ist eigentlich nur oben, das ist echt nervig. Hm, wie auch bei Tänzen kann Zähnepotzen. Schön. Oh, das ist ein Wog. Ach, na, ist er noch gefühlt. Ja, das ist ja. Okay. Muss er machen. so So, wir haben ja diesen See, so runtergegangen. Wie schön, das läuft, ich blöde ab jetzt mal. Hmm, der hier holt genug. Kann man seine Arbeiten? 2 Stunden. So, ich hab das mal hier ab, was das getan. Jetzt, weil ich täglich verrückt. So. Hier, schön. So, verrieren, schnell. Hauptschlüssel haben wir uns angenommen. Und ein Objekt von der Sorte Waschbecken. Aber wie geht er, also wie wird er den Schweiß, die Tränen... Was ist das für ein Geräusch? Ähm... ...vergessen, als er sich mit dem Hammer versehentlich auf den Daumen... Ach ne, man muss ja nicht geteilt werden, ne? Gibt es gerade noch gesteigert, Glückwunsch... Was? Dann geht's mal über hier, sehe ich nicht gleich erstmal... ...nö, Tag verbracht. Was haben wir alles? Alles alte Nachrichten. Gut, was ist das hier für ein Problem? Schmutzig umgeben. Ja, was machst du hier gerade? Schau mal. Kann ich mal Schleckerbauer machen. Dann ist uns Hunger. Äh, Rest essen. Ach, verdorben. Ha, nicht essen, verdorben. Verdorben. Jetzt hat mir was im Weg gehängt, jetzt vielleicht kann ich gleich mal sagen. Verdorben aussortieren. So, und dann ein... ...Bronche essen, was ist denn gar nicht? Habsalat. Oh, 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 oh. Das ist gut. Guck mal den Scheiß, dann macht man den schön Habsalat. Warte, hab ich das auch gemacht. Was ist das denn jetzt? Saft zu bauen, echt ein Safttrinkter. Gut, Snack, Essen, Bohnen, Ormelade. Oh, no move. Und mit Ormelade, das ist auch gut. Mal doch mal essen. So. So, mhm, mhm, dann... Samstag. Ja, frei. Waren beide frei eigentlich Samstag, oder nur... Der Lütte. Der Lütte. Der muss hier gleich arbeiten, in sechs Stunden. So. Hm, der lässt sich verschmecken. So. Okay. Äh, dann, äh... Wechseln, so. Nee, die wechseln. Hat die ganze Zeit gemacht. Ausfeld wechseln, so. Wo ist der nächste Bereich hier? Kaputt, oder was ist da los? Jo. Oh, oh, guck, guck, sie! Muuuut! Hm, ja, Zeit noch zum Reparieren. Zeit schon, repariere erst mal. Ich bin durchgebadet. Was bin ich denn da? Ich bin da, ja. Ich bin da, ja, irgendwie ein Defizit. Soziale Defizite, Hygiene. Ist nicht so toll, ist aber nicht so schlimm. Ein gewaschen, Zähnleputz musst du mal machen. So. Hey, du bist voll schockiert. Schon wieder was doppelt. Es ist nur ein Reparieren hier. Hallo, du solltest reparieren. Hey, mit verarschen? Reparieren. Was denn jetzt müsste das tun, was wir wollen? So. Hm? Das sehe ich nicht. Blitzplank, achso. Witzend. So, warte mal. Jetzt ist das Spiel, noch viel Platz. Na, Kontaktzeit. Jetzt hier aus. Er hat nur vier Stunden, aber er kann ja hier noch mal... Nee. Da ist ne Blödscher hier. Ist der jetzt? Schaufeln. Der Schaufeln, so. Ach, zauber. Einen Putzpummel gerade. So, endlich. So, machen wir dann. Ja, können wir mal machen, ne? Was denn der jetzt? Ach, hier. Oh. Oh, ich bin so大. Oh, das blädscht! Oh, Wabawee. Oh. Oh, ich habe dir deter! Ich habe einen von mir zettet. Lousy Babs. Lousy Babs. Klautern. Oh, er muss arbeiten. Ah. Er muss leider arbeiten. So, tschüss. So, immer noch nichts machen. Nein, ich muss es aber nicht benutzen. Okay, das war okay. Da spielt noch ein bisschen an Spielplatz. Um die Hygiene. Er kann ja noch ein bisschen hier einen Sprite-Button nehmen. Und Ersetzung wollen wir nicht immer ersetzen. Oh, hast du wehgetan? Oh je. Hm? Ja, ich wollte noch mal rutschen. Aber gut. Ja, noch nicht, bis später. Ja, gar nicht. So. Alles klar. Okay, ich glaube, hier haben wir auch viel langen Luft aufgenommen. Bestand hier überhaupt. Hopp. Na, la la la. Ne, aussehen wir auch nicht ändern. Alles gut. ich glaube ich kann aber noch nicht spielen handball die Toilette musst du benutzen das läufst du gleich aus Hände waschen, Energie ist noch gut und gut, Finkler ok wie sieht es mit den Hausaufgaben aus, sind die erledigt 100% erledigt, was haben wir damit ne, wieder genau, wie ich das mache nicht schaden, ein bisschen lesen ja, genau ein bisschen Wissen steigern, das kann nicht schaden was hat denn da für ein Problem, Angst vor Überschwemmung, ah ja Dreh ich in die Uhr, da hat noch ein Problem mit deswegen was drücke ich nü, das war das sauber ah, ok ne, hätte ich das Buch geschafft mhm, da kann ich noch weiter dran lernen, ok Level 2 erreicht, ok so dann können wir gucken, ob wir da jetzt was vernünftiges kaufen können mhm, da war das hier schon, ist das hier ja Tütskoo das abosierbar Klappzeug ach er verflügelt, da kostet 5000 ach Lass uns doch noch ein bisschen warten, hm. Warnärger! Da musst du noch warten. Mal eine Flüge wollen wir haben. Ich lasse den hier verkaufen, wie soll ich den kriegen? 420 würde nicht reichen. Nö, das reicht nicht. Die Klotze hier benutzen eh kaum, was ist damit los? Wir haben 120, komm nicht auf die Summe. Ne, müssen wir noch warten, wir werden uns dran arbeiten. Besser, wir haben das Geld noch nicht zusammen. Warten wir. Der Hunger da nochmal. Snack essen. Erstmal Müsli. Müsli zu bereiten, Müsli zu bereiten. Achso. Alles klar. Müsli, Müsli. Zack, zack, zack. Ja genau, das war weg. Dann schicken wir ins Bett und dann machen wir den Schluss für heute. Hände waschen, Zähne putzen, wie es gehört und dann ab ins Bett schlafen. So. Zack. Züge, züge. Züge, züge. So. Aber weg jetzt. So weg jetzt. Ich drücke auf diese Taste und dann ist alles aus. Also bis zum nächsten. Und ich muss dann noch mal sehen. Vielleicht schaffe ich das noch. Vielleicht schaffe ich das noch. Ich muss nämlich noch Sims 4 aufnehmen. Und dann habe ich die Sims durch. Erstmal für heute. Und dann mal schauen. Achso. Das kann immer so sein, dass ihr irgendwie ein paar Entwicklungslücken habt. Also Erfolge nicht mitbekommt. Also ich spiele auch zwischendurch offline. Also nehme ich immer auf. So. Falls euch irgendwas mal komisch vorkommt. Irgendwas hat sich geändert oder so. Dann habe ich das mal eben offline gemacht. Beziehungsweise kein Video dazu gemacht. Offline ist ja eigentlich in dem Sinne ja eigentlich immer. Ich mache ja keinen Livestream. So. Alles klar. Da war nur Scheiß noch. Jetzt drücke ich den Knopf.